Zugang zur Abbauhalle B. Weiter geht's. Die Heizlager. Basis, okay. Wir hatten hier ein Schema. Erweiterter Anzug. Momentan ist voll. Dann würde ich sagen, hauen wir mal so ein Medi-Kit weg. Erweiterter Anzug. Knoten kann ich aber mitnehmen. Medi-Kit. Dann haue ich doch gerne noch mal so ein kleines weg. Dann nehme ich so ein Geburt. Da sind wir voll. Halberd-Bleit. Was ist das? Rubin oder Gold? Gold war 3000, ne? Glaube ich. Dann entfernen wir die Money. Ein bisschen weniger wert als Gold. Okay. Okay. Bei so viel. Ja, jetzt nächstes gibt's bestimmt nicht Popula. Soweit, ey. Nope. Kein Schock. Aber hier haben wir so eine komische Wand, oder? So ein Ding. Ne, so ein Ding. Kleine Wand. So ein Spucker. Mal hier. Zugang zur Hauptmine. Ja. Da wollen wir rein. Da sind sie ja. Oh, Stross, hör auf damit. Sie müssen sich hier stellen für mich. So. Sagen sie ihr, dass ich es nicht wollte. Stross, ich bin's. Finden sie sie. Hör auf damit. Sagen sie es ihr. Stross. Schritt 3. Schritt 3. Schritt 3. Schritt 3. Komm, ich bring ihn um jetzt. Oh Gott. Sie ist hier. Warum haben sie das getan, Stross? Sie ist hier. Sie ist hier. Isaac, hast du jetzt genug Aggression rausgelassen? Gut. Wir sind hier. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Ich würde nie etwas tun, was dir oder unserem Sohn schaden könnte. Nach dem Litzung sehe ich dich ständig. Aber du bist so wütend. So wütend. Du machst mir Angst. Hör bitte auf damit. Oh Gott, was passiert mit mir? Bitte komm und hol mich. Warte, ich habe einmal im Kreis gelaufen. Was ist das denn? Was zum Sondierungsminenaufzug. Na dann, let's go. Warte, ich habe einmal im Kreis gelaufen. Was steht hier, wo es so schlicht war? Was sieht denn an der Kampfarena aus? Ich bin für groß genug dafür, wa? Was ist das denn? Das war eine Kampfare. Das war's, der wir damit unschuldig sind. Ich habe es so geahnt. Okay. Punches. Und tschüss. Punches. Gut, auf klar. Alles klar, Dark. Bis später. Bis später. Punches. Punches. Jetzt bist du bereit, das hier zu beenden. Ich bin bereit, Leute. Ich bin bereit. Okay. Erweiterter Anzug. Was kann der? 25 Inventarslots. Wieder auf Ladezeit für Stasis wird um 50% gesinkt. 25 Inventarslots. Wie fangen wir denn jetzt? 20. Der kostet nur 36? Schön wir uns, oder? Ja. Okay. Jooo, der ist ja... Der sieht ja nice aus. Die kann ich mir jetzt jederzeit wieder anziehen, ja was? Auf den Inventarslots. Die Gegenstände sind günstiger. 10% an. Normalerweise kostet er 40. Ich hab gar nicht geguckt wie viel Panzerung der hat. Hat der 20 Panzerung gehabt oder... Brauchen wir noch Knoten? Ich kauf mal welche. Wenn nicht, wir können sie ja wieder verkaufen. Ich glaub für dasselbe Geld. Verkaufen ist auch 10.000. Oder wie sie halt im Einkauf auch sind. Also wirklich viel haben wir ja nicht mehr. So wie das aussieht. Damit sind wir komplett fertig. Und jetzt mit unseren Sachen, die wir haben. Und zwar da. Gut, dann sprechern wir nochmal. Dann hole ich mir noch einen Knoten. Halt wieder für diese... Für diese Türen. Für diese Extratüren. Sondierungsmine. Alles klar. Kapitel 12. Kapitel 12. Kapitel 12. Ein Bruch oder sowas. Die Ruhe vor dem Sturm. Na. Wer kennt die nicht? Wurde ja sowas sehr wenig Leben. Segenmal. Isaac. Da drüben. Scheinbar ist der Mechaniker verschleppt worden bevor er das hier zu Ende bringen konnte. Strauss ist tot, Ellie. Ist nicht schade um ihn. Und jetzt brauchten sie... Strauss nicht um den Marker zu zerstören? Strauss konnte uns nicht zum Marker führen. Er lief vor seiner Schuld davon. Was ist mit ihnen? Ich laufe nicht mehr weg. Ich weiß was zu tun ist. Tja, dieser Riesenbohrer ist ein echter Glücksfund. Warum gehen sie nicht in die Kabine und versuchen ihn zu starten? Ich seh mich nach der anderen Energiezelle um. Okay. Mal sehen was ich von hier aus tun kann. Möchten sie ein Medikit haben? Sie müssen es mir nur sagen. Sie kriegen sofort eins. Die will keins, ne? Ach, die wird bestimmt drauf gehen. So wie die anderen auch. Isaac ist bestimmt wieder der letzte oder beziehungsweise der einzige, der überlebt. Wie vorhersehbar. Glamant. Wird richtig viel wert sein. Why? Was ich gerade echt selber tötet? Oh, oder war ich das? Oh, okay. Genau, als wenn er da noch weiter krabbelt. Was ist denn das hier? Oh, okay. Platine. Ja, wir wollen einfach mal mit. Ich habe gerade das System kurz geschlossen, sodass die Narvtasten umgangen werden. Glück gehabt. Ja. Hat mal richtig Schwein gehabt, ja? Das stimmt. Ja, komm, komm, komm. Warte auf dich. Ich bin bleib. Nein, nein. Ich bin bleib. Ich bin bleib. Ich bin bleib. Und du bist sicher, dass du keinen Medikit haben willst? Noch ein paar auf Lager. Oh. Ah. Ja. Dafür sind diese Kisten. Okay. Passt nicht. Auf jeden Fall. 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 Was? Ich habe Sie nicht verstanden. Äh, nichts. Nichts. Äh, nichts. Nichts. Und, geht wieder. Geschafft. Ich habe das Ding am Laufen. Auf der anderen Seite ist dein Lift. Ich drehe um, damit Sie draufklettern können. Danke. Das ist es. Das geht. der lüft ich sehe da noch einen energieknoten nein nein nein, hab ich gesagt du kriegst meinen nachtisch nicht doch denn noch einer ich hab's geschafft okay, mal sehen, dass das Baby drauf hat Platz bohr auch da bist du schön siffig ja, was haben wir denn jetzt gebraucht? ja, die sollen bloß herkommen okay was haben die extra so gemacht, ne? dass da so ein Loch dazwischen ist dass sie schön durchfallen, ey Loot? ha! my ass, ey nix loot hier da so viel mehr von dem Zeug die sind aber die 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 1480 grad drehung eine 180 grad drehung fehlt hier irgendwie so über den neueren resis ist ein tastendruck wo denn Meine ist hier für Action Kommt ihr ja nicht zur Ruhe Immer passiert irgendwann Sind Sie sicher, dass das der richtige Gewege ist? Woher wissen Sie, wohin Sie fahren? Kann ich nicht! Kann ich nicht Na ja, fahr mal Also ganz ehrlich Ich glaube, wir sind gerade im Kreis gefahren Wenn man sich, glaube ich, die Architektur dieser Map angucken könnte Ich habe bestimmt so im Kreis gefahren Scheinbar haben wir die Fundamentpfeiler des Regierungssektors erreicht Und wie kommen wir da rein? Vorwärts Wir haben einen Bohrer Sie wissen aber schon, dass ich auf dem Ding sitze Warum wird es Spaß? Ah, ein Video Glaub ich Zumindest noch Videos, oder? Das ist wieder echt Meine Gescheiße, das tut weh Na ja Wir können unsere Blessuren später vergleichen Aber zumindest haben wir es geschafft Das hier muss der Regierungssektor sein Und ich schätze, Ihr Marker Ist hinter dieser riesigen Tür da Wir sollten uns lieber beeilen Diese Dinger werden einen Weg durch das Loch finden, das wir gebohrt haben Es muss einen Aufzug oder so geben, der die Ebenen verbindet Und ich versuche zu ihnen zu kommen Wir treffen uns auf der Hälfte Weißt du, was ich geil finde an diesen alten Spielen Was du bei den neuen Spielen fast gar nicht mehr hast? Was ich richtig, richtig geil finde an den älteren Spielen Ist, dass du halt wirklich noch so deutsche Texturen drin hast So was wie da jetzt Abfertigung und so was Hast du ja in den Duellen Und so ab 2020, 2022 So Spiele Hast du das irgendwie gar nicht mehr, ne? Hast du alles nur noch in Englisch? Weil, ich weiß nicht Die Hälfte der Bevölkerung spricht nur noch Englisch So Ich finde das schon echt nice So bei den älteren Spielen Dass du halt wirklich so diese deutschen Texturen hast und so was So Isaac, hier ist ein Kriegsschiff angedockt Was? Ist er kaputt? Das kann ich nicht sagen Isaac, hören Sie mich Wir werden lebendig hier rauskommen Zumindest einer von uns Für Sie ist es hier zu gefährlich, Hally Was reden Sie da? Schwingen Sie Ihren Arsch hierher Ich starte jetzt einen Systemcheck Das wird überlebt Also irgendwie glaube ich nicht dran, dass sie das überlebt hier Meine Herr, sie hat zwar schon ein Auge verloren Aber ich glaube, die wird noch richtig über ein Jahr lang geschickt Okay, jetzt sind sie irgendwas versucht Das hätte sie nicht versuchen sollen Sicherheitsschiff Docking Bay Alles klar Was ist das? Kriegsschiff? Hauptantrieb ein Vielleicht passiert was Zusatzsysteme fahren hoch Vielleicht passiert was Hauptmotoren auftauchen bestätigt Isaac Was machen Sie da? Die Flüge hat erlassen Oh Hey Isaac, was soll das? Isaac Was machen Sie? Da machen Sie sofort die Tür auf Notstandprozess bei mir Nein 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 Warten Sie es nicht Warten Sie es nicht, dieses Schiff zu starten Isaac Das ist Ihre beste Chance, Ellie Sie haben Lebenserhaltungssysteme, Kommunikation Hey Sie werden gerettet Was? Sie müssen überleben Ich konnte Nicole nicht retten Aber sie kann ich retten, Ellie Also Leben Sie wohl Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole Ich wollte dich nie gehen lassen Vieles passiert, das wir beide nie wollten Isaac Berühr mich Ich glaube nicht, dass das so gut wäre Isaac, bitte Mach uns ganz Ich kann nicht Mach uns ganz Moin Ingo Mach dir einen wunderschönen Karmon-Tag Na, wie war dein Ostern gestern? War gestern im Kino Benjen und Wagnons habe ich mir angeguckt Ich weiß nicht, welche Vorsehungs- Aber es endet hier Ich habe 200 bewaffnete Sicherheit Sie werden den Eingang abdecken Und selbst wenn sie reinkommen Werden sie nicht weit kommen Hm Ja, das ist halt so Fantasy, ne? Also schon so High Fantasy, sag ich mal Mit Elfen und Drachen und so Muss man mögen oder nicht mögen Na, kann ich speichern Ich fand ihn nicht schlecht Hätte jetzt unbedingt ein Kinofilm sein müssen Hm Immer so eine Ansichtssache, ne? Was kann Kinofilm sein, was nicht Und Aber er war auf jeden Fall nicht schlecht Ich habe schon deutlich schlechtere Fantasy-Filme gesehen Und er war witzig Er war definitiv witzig gewesen Man konnte da so an echt gut An vielen Stellen sogar gut lachen Also Oh nice Oh nice Ich bin wieder da, aber look Alles klappt, sag Ich bin dank für den Werk Wie kommt er denn jetzt schon wieder her? Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Oho Es geht klar Oh Gott eh Okay, erstmal wieder auffrischen Mal an da noch mehr UNIT 28, also ich muss hacken 2400 hat er gehabt, krass der junge war ja rich 23 nix, probieren wir uns erblickt Dangerous security will er jemand rein Aua Lassen sie der Werkzeug fallen Lagozugang Okay, ein Schwankchen Wie ist das hier so durchgenommen? Da war was dazwischen. Ingo übertreibt wieder. Ja. Sie haben das Gelände aufs Spiel gesetzt, Sie Idioten! Wenn einer davon den Marker erreicht! Er hätte mich nicht zum Feind haben wollen, aber hat er. Er wollte es ja unbedingt, ich habe nicht drum gebeten. Er wollte mich unbedingt zum Feind. Das hat er bekommen. Okay. 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 Isaac, wo willst du hin? Keine Ahnung Und darum bin ich hier, Isaac. Wollte endlich zu sein. Sauber erfüllt Wir sind hier verschlossen. Datenanalyse Da darf man nicht rein Projekteingang Scanraum Aktienkoffer Der G-Man hier Das wäre Wetter Das wäre Wetter Wir haben sie gezüchtet, oder? Wetter 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 Wir anfangen können Die Schichten des Markers in den Mineralbädern Nachwachsen zu lassen Wetter 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 Wär auch ne Idee, oder? Einfach den Marker drucken Oh Das ist ein richtig dickes Ding Es ist ein richtig dickes Ding Oli moli Schwester hast du auch Leer mitgebracht Okay. Ich bin... Oh, ja. Leben bleiben, liegen bleiben habe ich gesagt, hinter mir, die kommen mal wieder irgendwo rausgeschissen. Nachladen! So, außer es hätte dir so einen, so einen, so einen, so einen, einen Footballhelm auf, ey. Überleg, wie du nochmal diese Sporte teilst. Weißig, Bock auf den Apfel? Das Lämpfungssystem, das in die Abschirmung um die Markettests gebaut wurde, sollte das Signal komplett ablocken. Aber ich fühle mich, dass es mit den Anrunden kommt. Außer an der Abschirmung registrieren die Sensoren rein gar nicht. Aber wenn man den gleichen Sensor in den Marker platziert, gehen die Ausschräge in die Höhe. Entweder wir haben etwas komplett übersehen oder... Aber ich weiß nicht was. Und wenn das stimmt, dann möge Gott uns helfen. Die wollten den abschirmungen. Ja, hat ja super funktioniert. Projekt Nebengebäude. Da baumelt jemand. Jetzt sehe ich mir. Das war wohl nicht genug Spucke. Dann geht's da weiter. Überbrücken? Ja. Der ist meistens immer so geilen Scheiß hier drüben. Meistens. Nicht immer. Ja. Genau. Ja. Dasanden wird Haben wir hier einen Shop oder sowas? Ne, ne, nur ein Bench. Gucken wir mal, ob wir irgendwas upgraden können. Aber ich glaube, hier waren... Ja, zumindest mit den Sachen, die ich haben will. Mehr Waffen brauchen wir nicht. Strohflinte. Strohflinte und der Kater, der reicht völlig aus. Das sind ja diese komischen Vögel. Muss ja, wa? So wie die Dinger hier wieder angeordnet sind. Ne, nix. Können wir lieber sich die Stromquelle rausziehen? Ne. 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 Bitte hinten einstellen. Dein. 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 Steig, den. Steig, den? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Zugang zur Rekonstruktion. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Rächeln. Rekonstruktion. 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 hier ist nochmal geht ja nicht lang genug da ist er noch was mit der stasis modul eigentlich von alleine der tatsache das meinen die mit diesen minus zehn sekunden jetzt habe ich das okay jetzt weiß ich was sie damit meinen mit diesen zehn sekunden wir ganz von polen oder irgendwo dazwischen und dann können wir alles wieder kommen